Ja, guten Tag. Es geht um Staatsferne der Medien, der Journalisten. Wir haben ja, das hat ja auch schon ziemliche Wellen geschlagen in den deutschen Medien, wir haben eine Anfrage gestellt, beziehungsweise die zweite Anfrage war das dann schon, im November letzten Jahres. Die wurde dann sehr, sehr schwach beantwortet von der Bundesregierung. Und wir haben dann nochmal nachgelegt und einfach darauf bestanden, dass wir darüber hinausgehende Informationen haben wollten. Und dann haben sie dann doch ein bisschen Informationen an uns gegeben. Sie haben allerdings die Namen der bezahlten Journalisten, sowohl der öffentlich-rechtlichen Medien, als auch der Deutschen Welle, als auch der anderen Medien nicht namentlich genannt, sondern nur 200 Journalisten nummeriert. Und es gab dann Medien, wir haben dann diese Antwort, die wir bekommen haben, an andere Medien weitergegeben. Die haben dann auch weiter recherchiert und haben dann so zehn journalistische Namen aufgedeckt, wer da sich für Tätigkeiten der Bundesregierung, durch die Bundesregierung bezahlt, zur Verfügung gestellt hat. Jetzt sind wir dabei, das noch weiter tiefer zu machen, indem wir dann die dritte Anfrage stellen. Letztlich geht es aber darum, ist es überhaupt akzeptabel, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in der Deutschen Welle, die ja auch vom Staat bezahlt wird, dass diese Journalisten zu Tätigkeiten eingeladen werden, beziehungsweise bezahlt werden, um bestimmte Tätigkeiten zu machen, wie Moderation oder Textlektorierung oder solche Dinge. Unserer Auffassung nach ist das ein absolutes Unding, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Staatsferne zu garantieren. Und wenn die Journalisten immer weiter einbezogen werden in diese Tätigkeiten und auch bezahlt werden vom Staat, von der Regierung, dann ist das ein Vergehen gegen den Ethos dieses Berufsstandes. Und dieses Thema, das werden wir in der nächsten Zeit weiter und noch weiter vertiefen. Und ich bin ganz sicher, da werden sehr, sehr weitere skandalöse Zustände ans Tageslicht kommen. Aber genau das ist auch das, was unsere mediale Landschaft benötigt. Und unsere Menschen, die diese Produktionen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sehen, dass sie eben nicht neutral sind, nicht staatsfern sind, sondern einbezogen sind in das Regierungswirken. Und das geht gar nicht.